Und ein Moinsen zu diesem VfB aktuell und ja, schon grob zwei Stunden nach Abpfiff, nach der Pleite gegen Frankfurt am Samstagkammer, die Kickermeldung, Zagadou vor Wechsel zum VfB, Missentat hat das Ganze auch nochmal bestätigt gehabt, dann in einem Interview quasi, war noch nicht alles durch, Medizincheck zum Beispiel, das ist nun der Fall, eben reingeflattert die News, die offizielle Bestätigung vom VfB, er ist da, dann Axel Zagadou vor Wechsel zum VfB, verstärkt unsere Defensive, bekommt einen Vierjahresvertrag, auch das war in den Gerüchten, also bis 2026 an uns gebunden, Missentat zum Transfer, Daxo bringt alle Voraussetzungen mit, die ein Top-Innenverteidiger benötigt, er ist athletisch stark, verfügt über ein gutes Passspiel und hat in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt, er kennt die Bundesliga und wird dementsprechend wenig Zeit brauchen, um sich bei uns zu integrieren, mit seiner Verpflichtung konnten wir den offenen Kaderplatz im Defensivbereich mit einem hervorragenden Spieler besetzen, wir freuen uns sehr, dass sich Daxo für uns entschieden hat und begrüßen ihn herzlich beim VfB und Zagadou, ich bin sehr glücklich hier zu sein, vielen Dank an die Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen, ich freue mich sehr darauf, schon bald mit meinem neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen, genau, er ist da, das Ganze geht auch, weil, ne, ist ja außerhalb der Transferperiode, aber der Kollege war vereinslos, ein freier Spieler, im Sommer ging seine Zeit bei Borussia Dortmund zu Ende, kam 2017 dort aus der PSG-Jugend, ist ein absoluter Brocken da hinten in der Innenverteidigung, kann auch linker Verteidiger spielen, 1,96 groß, 23 Jahre alt, Franzose hat auch da, ja, quasi alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, immer noch ein Marktwert von 9 Millionen, Höchstpunkt in Sachen Marktwert, hat er im März 2020 gehabt mit 35 Millionen, ist auch aktuell, oder war aktuell, besser gesagt, der zweitwertvollste freie Spieler auf dem Markt, nur Denayer mit 14 Millionen noch über ihm gewesen, laut den Gerüchten sind auch einige große internationale Klubs dran gewesen sein, West Ham wird hier genannt, AS Rom, Intermeidland Olympique Lyon, hat beim VfB in 5 Jahren 92 Spiele gemacht, davon auch 15 in der Champions League, sein Problem und wohl auch das größte Problem der größeren Klubs, dass sie vielleicht auch von der Verpflichtung Abstand genommen haben, ist eben auch seine Verletzungshistorie, dann hat er beim VfB über 80 Spiele verpasst, heißt damit fast gleich viele Spiele ausgefallen, wie er gespielt hat, das ist schon ziemlich hart, die größte Ausfallzeit war 2021, von März bis September, da waren es 23 Spiele in der Knie-OP, danach hatte er 2021, 2022 in der Saison nochmal Coronavirus und Muskelfaserriss für 24 Tage war er da auch nochmal raus, auch deshalb wahrscheinlich nicht verlängert worden beim VfB, sich auch nicht nachhaltig durchgesetzt dort und eben natürlich auch die neu zugängliche Süle und Stotterbeck, das war es dann wahrscheinlich auch für ihn dann beim VfB, die Meinung, was ich so auf Twitter gelesen habe, geht bei ihm so ein bisschen durcheinander oder auseinander, auch beim BVB-Fanbase, sage ich mal, manche halten viel von ihm so, war wohl auch mal ein bisschen Fanliebling in Dortmund, aber manche halt auch nicht, habe schon am Ende vom Frankfurter Steinfeld gesagt, dass ich stark finde, wir brauchen Breite in der Defensive, er kann Innenverteidiger und Linksverteidiger und eben auch Konkurrenzkampf, weil sind wir mal ehrlich, Ito, Anton und Dinos kicken da ja quasi garantiert immer von Beginn an, dazu passt er ins Suchprofil, immer noch jung, talentiert, so doof es klingt, aber er ist Franzose, passt auch ins Suchprofil von Mislintat, Problemfeld, wie gesagt, die Verletzungen, aber wir haben da ja auch bei einem Dinos zum Beispiel gezeigt, dass wir das können, dass wir damit umgehen können, also hoffentlich bleibt auch Zagadu bei uns erstmal verletzungsfrei und dann kann das ein richtig guter werden, also jetzt schon zweithöchster Markt mit in unserer Innenverteidigung und da kommt eben das andere, der Mann kommt nicht auf Dauer für die Bank bei uns, also gerade was sein Tempo angeht, mit seinem Spiel muss er wohl im ehesten Anton ein bisschen auf seinen Stammplatz achten wahrscheinlich, dessen Stammplatz könnte er strittig machen, auch Ito natürlich, ist Linksfuß, kann das links, Zagadu wird sich, denke ich auch, was auch viel im Kopf hat, ich denke mal, der wird sich natürlich logischerweise unserem Gehaltsgefüge angepasst haben, weil es natürlich schon mal ein höheres Regal ist, das muss man auch sagen, kein Talent aus der kroatischen zweiten Liga, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, sondern das ist schon jemand mehr oder minder gestanden ist vom BVB, auch wenn er jetzt natürlich vereinslos war, aber es ist eine andere Schublade, in die er gegriffen wird, würde ich mal tatsächlich sagen, der wird sich 100% beweisen wollen nochmal, dazu ist natürlich weiterhin natürlich einfach auch eine coole Sache, ob da jetzt was dran war oder nicht, aber so wie man es halt liest, natürlich schon cool, natürlich größere Klubs ausgestochen zu haben, hat er den auch recht schnell natürlich im Kopf, nachdem Transfer-Sommer keiner geholt wurde, wir hatten das Thema Medici, was nicht funktioniert hat, da natürlich direkt geschaut, wer ist denn gerade so ablösefrei da, weil wir haben diese Lücke und jetzt geben sie es ja auch mehr oder minder zu, dass da schon ein freier Posten war da hinten, der jetzt gefüllt wurde, hat er aber ehrlicherweise das nicht wirklich für realistisch gehalten, hat er eigentlich einen größeren Klub oder ja, wie soll man sagen, einen ambitionierteren Klub in Sachen europäische Wettbewerbe und sowas, wenn man versteht, was ich meine, eher für realistisch gehalten, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass er zu uns gekommen ist, zeigt auch, dass unser Weg durchaus sehr attraktiv ist, ich meine, es müsste auch, bin mir nicht sicher, ob Mislad den Transfer getätigt hat, als Zagadou zum BVB ist, aber er war da auf jeden Fall auch da in dem Zeitraum, also vielleicht kennen die sich auch schon, auch hier die Abkürzung, den Spitznamen DAXO direkt schon gewählt von Mislad in der Pressemitteilung quasi, also das passt auch zusammen, ich glaube, da war Mislad auch ein wichtiger Bestandteil von dem Transfer, ziemlich sicher, ich finde es gut, gute Idee und da ablösefrei ist, klar, der verdient natürlich jetzt vier Jahre lang erstmal einen Vertrag und verdient da natürlich auch gutes Gehalt wahrscheinlich, aber da ist zumindest nicht noch dazu die Hürde von einer dicken Transferablöse, dadurch ist da das Risiko auch kleiner, als bei anderen Transfers mit größerer Ablöse, wie zum Beispiel Medici, den sie ja irgendwie, glaube ich, für 5 Millionen oder sowas hätten verkaufen wollen, ich finde es sehr gut, der wird uns verstärken, ich bin sehr gespannt, wie das perspektivisch aussieht, ob da wirklich dann irgendwann ein Anton oder sowas rausrotiert wird aus der Innenverteidigung, wenn natürlich auch eine neue Stammverteidigung quasi dann auch aufgebaut werden, wenn das so kommt, auf jeden Fall wichtig, dass da hinten ein bisschen auch mal der Konkurrenzkampf angetrieben wird, gerne eure Meinung in die Kommentare zu, dann Axel Zagadou, auch gerne jetzt kostenlos Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt, bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal.